Ein bärenstarker US-Arbeitsmarkt, Quartalszahlen, die eigentlich relativ gut ausgefallen sind und doch begleitet wurden von Warnungen und von Sorgen und dazu auch noch Analysten, die gerade selbstsicher werden, was den Gesamtmarkt angeht, wie das alles zusammenpasst und was ihr wissen solltet, das in dieser Ausgabe, kurz und kompakt und auch noch von denen, die Quartalszahlen gebracht haben, Etsy, Paypal und Infineon, minus 10% heute bei Infineon, obwohl die Zahlen super waren, das schauen wir uns auch aus technischer Sicht an, herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir beginnen zunächst einmal mit den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die gab es gestern von Seiten ADPs, das ist die Firma, die praktisch auf privater Basis die Daten sammelt und über 400.000 Datensätze da hat und jeden Monat die auswertet und auch so eine Indikation dafür ist, was die staatlichen offiziellen Daten dann angeht, die kommen dann morgen am Freitag und wir sehen 324.000 neu geschaffene Stellen im Juli und damit deutlich mehr als die 190.000, die die Analysten im Konsens erwartet haben und das ist nicht nur der erste Monat, in dem der Arbeitsmarkt so viel besser ist, wie die Analysten das erwartet haben, sondern es ist schon der vierte Monat hier von Bloomberg, schön zusammengestellt in blau die Linie der Erwartungen und die weißen Säulen dann die tatsächlichen Zahlen. Das zeigt also, der Arbeitsmarkt bleibt stark. Die FED schafft es nicht mit ihren politischen Maßnahmen, die Wirtschaft abzuwürgen und es gibt der FED auch eben den Spielraum für mögliche zinspolitische Entscheidungen. Man muss aber auch dazu sagen, mittlerweile ist es so, dass der Markt auch sich viel mehr angenähert hat an das, was die FED womöglich machen wird. Herr Paul hat sich ja ganz klar offen gehalten, ob die Zinsen tatsächlich angehoben werden oder nicht bei dem nächsten Meeting, das erst im September stattfindet. Dieser Arbeitsmarktbericht, auch wenn es jetzt erstmal nur der Vorläufer ist, morgen die Daten sind auch wichtig, der geht eher dann dahin, dass die FED womöglich die Zinsen pausieren wird und das ist zumindest das, was der Markt gerade erwartet. Wir haben aktuell eine Rate von 5,25 bis 5,5% und für das September-Meeting ist die aktuelle Wahrscheinlichkeit bei 82,5%. Man muss auch dazu sagen, nicht nur der Arbeitsmarkt bleibt stark, sondern eben auch die Inflation kommt runter, haben wir euch aber auch an dieser Stelle schon an anderen Videos bei anderen Videos gezeigt und das ist etwas, was gerade eher dafür spricht. Natürlich kann es sein, dass weitere Daten reinkommen, die dann einen kompletten Turnaround zeigen, dann würde sich das ändern, aber der Trend ist gerade sehr, sehr deutlich. Heißt also auch, Soft Landing wird immer wahrscheinlicher und damit kommen auch die Kursanalysten für die nächsten Möglichkeiten, die nächsten Ziele beim Gesamtmarkt, insbesondere beim S&P 500 und da gibt es jetzt schon wieder ein, eine weitere Stimme, die dann sagt, dass der S&P 500 5000 Punkte erreichen kann bis Mitte des Jahres 2024. Das würde bedeuten, dass von aktuellem Niveau aus der S&P 500 nochmal 11% zulegen müsste, um diese Ziele dann zu erreichen. Ist aber nicht die einzige Stimme, wir hatten es auch schon am Dienstag im Video besprochen, dass nämlich auch die City die Ziele angehoben hat, für Mitte 2024 ebenfalls 5000 Punkte und für Ende des Jahres immerhin noch 4600 Punkte, ebenfalls eine Anhebung. Man muss aber auch vorsichtig sein, ganz klar, denn technisch gesehen ist der Markt sehr stark gelaufen. Wir haben das im letzten Video auch über, oder ich weiß nicht, ob es auch das vorletzte Video war, da haben wir auch über den S&P 500 gesprochen, dass er sehr stark gelaufen ist und ein ähnliches Bild können wir auch beim Dow Jones festhalten. Wir sind hier im Future und ich gehe einmal in den Wochenchart, also sehr deutlicher Anstieg hier mit der bullischen Konsolidierung, die dann bullisch aufgelöst wurde und da kommt der Markt aktuell auch nicht weiter. Und im Tageschart können wir sehen, es gibt hier auch ein kleines Doppeltop, das haben wir für uns und mit unseren Klienten auch getradet. Wir sind da auch gerade noch short positioniert und sehen durchaus die Möglichkeit dafür, dass der Dow Jones nochmal in Richtung 35.100, vielleicht sogar 35.000 Punkte gehen kann. Übergeordnet muss man aber festhalten, sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und der Nasdaq sind noch weiter stark. Für alle, die jetzt gerade auf der Short-Seite positioniert sind, müssen das wissen, dass die großen Zeiteinheiten da eben auch noch den Kurs dann schnell wieder hochtreiben können, wenn die ersten Ziele auf der Short-Seite abgearbeitet sind. Gestern gab es ja dann diese Bewegung bei den Gesamtmärkten, der Nasdaq zum Beispiel auch zeitweise über 2% im Minus und die stärkste oder vielmehr die schwächste Kerze seit Februar sogar den Stein ins Rollen gebracht hat, so wird es dargestellt, die Nachricht von Fitch Rating, wobei ich auch gleich dazu sagen muss, ich persönlich finde nicht, dass diese Nachricht minus 2% beim Aktienmarkt begründet, sondern es ist eher so, wie ich schon gesagt habe, der Stein, der ins Rollen gebracht wurde oder das Fass, was zum Überlaufen gebracht wurde, wenn ich jetzt bei Sport 1 wäre, da müsste ich jetzt schön ins Phrasenschweiden schmeißen. Vielleicht stellen wir uns hier auch nochmal so ein Schweinchen hin, wäre doch auch eine Idee. Gut, also Fitch hat die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft von AAA auf AA Plus und begründet das mit einer Verschlechterung der Finanzlage, die absehbar wäre für die nächsten zwei Jahre. Man begründet es vor allen Dingen damit, es gibt weniger Steuereinnahmen, sogar teilweise Steuersenkungen, gleichzeitig werden die Ausgaben erhöht und es gibt politische Uneinigkeiten und Streitigkeiten und man hat ja auch sogar schon vor zwei Monaten, als es um den Schuldenstreit ging, da hat Fitch schon gewarnt, oh, da könnte wir vielleicht das Rating herabsetzen und jetzt kommt das zu einem, ja, überraschenden Zeitpunkt, aber doch auch nicht unangekündigt. Fitch begründet es weiterhin damit, dass die Staatsverschuldung bis ins Jahr 2025 118% der Wirtschaftsleistung betragen würde und damit zweieinhalbmal mehr als der Median von allen Ländern, die sonst AAA bekommen haben oder das Rating aktuell innehaben. Ganz passend dazu auch der Stratege von S&P, der zuletzt das Rating von den USA herabgesetzt war, das war 2011, also auch schon zwölf Jahre her und er sagt wörtlich, das AAA-Rating sei kein gottgegebenes Recht für ein Land und deswegen muss man sich auch an den Daten halten und dort ist es eben erkennbar und aus seiner Sicht nachvollziehbar, dass man dieses Rating entzieht. Von Seiten der US-Regierung selbst in Person von Frau Yellen heißt es dann, das sei wildkürlich und ein veralteter Mechanismus und auch insgesamt muss man festhalten, die USA haben bisher immer ihre Schulden bezahlt und es ist so, dass diese Renditen nach wie vor als in Anführungszeichen risikolos gesehen werden, eben weil sie immer bezahlt wurden, egal ob das jetzt 2, also AA plus oder 3A ist, das ist immer noch Investmentgrade und aus meiner Sicht eher etwas, was, naja, Prestige ist und Prestigeträchtig ist und nichts, was die Glaubwürdigkeit oder die Kreditwürdigkeit in Gänze ins Wanken bringen kann. Trotzdem ist es etwas, was den Markt bewegt hat. Aus unserer Sicht ist das so, dass der Markt gerade eher einen Grund sucht, um zu konsolidieren oder eben zu fallen und da kommt das dann gerade ganz recht. Was aber auch dazu kommt, sind Quartalszahlen, die ja eher gut waren, aber auch von Enttäuschungen geprägt sind. Wir schauen zum Beispiel auf die Zahlen von Etsy. Etsy hat in diesem Quartal weniger Gewinn gemacht als im Vorjahr, hat aber sowohl umsatzseitig als auch gewinnseitig die Erwartungen übertreffen können. Man hat die Liquidität steigern können, ist immer etwas Gutes für ein Unternehmen, was gerade ein KGV von 34 hat. Und gleichzeitig ist auch die Anzahl der aktiven Verkäufer auf der Etsy-Plattform gestiegen. Und der Ausblick ist es aber, der dann zu schaffen macht, nämlich man erwartet eine Spanne zwischen 610 und 645 Millionen US-Dollar. Wir haben es hier mal zusammengefasst auf 630, wenn man die Mitte davon nimmt. Und das ist eine relativ große Spanne und es wird auch begründet von den Aussagen des Unternehmens. Man sagt nämlich, dass die Menschen weniger Geld ausgeben für diskretionäre Artikel, also etwas, was nicht essentiell ist, keine Lebensmittel und dergleichen, sondern etwas, was man sich gönnt, was in der Freizeit, in der Reisebranche eben eher zu finden ist. Oder eben auch für Artikel, die auf Etsy verkauft werden, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Und außerdem sagt man, das wirkt sich auf die Gewinne aus. Und im September würden auch die Studienkredite wieder fällig werden in den USA. Das schränkt die Liquidität der Verbraucher weiter ein und wirkt sich dann womöglich auf die Gewinne aus. Die Prominenz dieser Aussagen und dieser Fokus, der da drauf gelegt wurde, der hat dann auch dazu geführt, dass die Aktie unter Druck geraten ist. 34er KGV im nächsten Jahr 2025, das ist leicht über dem Schnitt und historisch gesehen eher günstig. Das muss man auch sagen, weil Etsy in der Vergangenheit eher so immer wieder an der Profitabilität gekratzt hat. Insbesondere in den ersten Jahren und dadurch natürlich ein hohes KGV hatte. Jetzt aber 34er KGV, da ist man trotzdem auf Wachstum angewiesen. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, die vom Unternehmen angekündigt wurden, wobei man auch sagen muss, ich gehe noch mal kurz zurück zur Folie, das ist nur gerade ein Prozent unten drunter. Der Durchschnitt der Erwartungen liegt bei 636 Millionen. Also nur knapp drüber, wenn man diese Spanne mal in die Mitte davon nimmt. Es reicht offensichtlich, um die Aktien nach unten zu schicken. Wir gucken uns das hier beim Chart einmal an im Tageschart. Wir können auch hier erstmal in den Wochenchart gehen. Also Etsy hat natürlich hier im Laufe des Jahres 2022, wie so viele aus dem Tech-Bereich, wirklich eine starke Kurskorrektur gesehen. Diese Korrektur wird gerade wiederum konsolidiert und hat aus technischer Sicht eben an dem letzten Tief, was im Mai diesen Jahres erreicht wurde, bei ungefähr 80 US-Dollar eine erste klare horizontale Unterstützung. Die nächste Unterstützung, die ist dann zu finden bei ungefähr 72, 72, 70. Denn es gab hier aus dem Jahr 2019, bevor es diesen Anstieg gab, eine horizontale Marke, die ist hier einmal getestet worden. Dann ging es hier sehr steil nach oben. Und dieser gesamte Rückgang, der hat dazu geführt, dass hier eben an der 72, 72, 70 der Markt wieder Unterstützung gefunden hat und von hier aus weitergelaufen ist. Bedeutet, falls er dahin kommt, 72, das wäre eine wichtige Unterstützung. Von dort aus größeres Potenzial für eine Gegenbewegung. Im Tageschart ist davon noch nicht so viel zu sehen. Da würde ich als Trader ganz klar darauf warten, ob es in diesem Bereich, der bis zur ersten Unterstützung bei der 80 geht, eine Trendumkehrformation gibt. Zum Beispiel ein Doppelboden, das kann gerne ein paar Tage dauern. Dann mehr Wahrscheinlichkeit für eine Welle, eine mögliche Welle nach oben. Eben das, was hier als Lücke gerissen wurde, wäre dann wieder Widerstand. Da sind wir dann im Bereich der 95 US-Dollar. Noch zu früh zum Traden als Investition. Eher auch noch die Möglichkeit, dass der Kurs weiter runterkommt. Und damit erstmal ein Watch-Kandidat aus meiner Sicht. Dann gibt es Zahlen von Paypal. Und bei Paypal wurden die Erwartungen insgesamt getroffen. Ich habe hier auch einmal die Tabelle für euch. Genau getroffen beim Gewinn und beim Umsatz. 24% Gewinnsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Und auch der Umsatz stark angestiegen. Das Zahlungsvolumen und die aktiven Accounts, die sind immer sehr wichtige Maßgrößen für... Maßgrößen? Ich könnte schon wieder was reinschmeißen. Also sehr wichtige Größen beim Unternehmen und bei den Unternehmenskennzahlen. Insbesondere bei Paypal. Und die sind ebenfalls angestiegen. Auch die Zahlungen je Account. Wobei das durchaus auch mit der Inflation zusammenhängt. Wenn die Preise insgesamt steigen, ist klar, dass dann auch der Umsatz insgesamt pro Klient und pro Account steigt. Trotzdem hat sich die Marge verschlechtert. Und zwar von 22,7 auf 21,4%. Das ist relativ viel für ein Tech-Unternehmen. Ein solcher Rückgang. Paypal begründet das damit, dass man Rückstellungen hat für mögliche Ausfälle von Krediten, die man an Händler weitergegeben hat. Und deswegen hat das auf die Marge gedrückt. Heißt aber auch im Umkehrschluss, falls der Markt stark bleibt, falls diese Kredite nicht ausfallen, dann werden diese Gelder natürlich wieder freigesetzt und könnten in zukünftigen Ergebnissen positive Effekte erzielen. So wie wir es zum Beispiel auch schon von einigen Banken in der Vergangenheit gesehen haben. Aktuell ist man auch noch auf der Suche nach einem neuen CEO, der das Unternehmen verlassen wird. Das bringt zusätzlich noch mal Unsicherheit in den Markt. Und den Ausblick für das Quartal 3 und für das gesamte Jahr, der liegt in den Erwartungen. Die Bewertung KGV von 22 ist bei Paypal eher günstig. Da hatten wir auch schon deutlich höhere Zahlen gesehen. Nichtsdestotrotz ist die Aktie auch da stark unter Druck geraten. Minus 12% jetzt aktuell im Tagesschart. Und wir gehen einmal in den Wochenchart hinein. Da sehen wir eben ähnlich wie bei Etsy diese starke Abwärtsbewegung, die hier bärisch konsolidiert wird. Die wurde sogar auch noch mal bärisch aufgegeben. Dann wurde sie zurückerobert. Und jetzt ist eben die Frage, schaffen es die Bullen da noch mal zurückzukommen? Im Moment sieht es eher weniger danach aus. Nächste technische Unterstützung ist dann dieses Tief aus dem Mai 2022 bei ungefähr 59 US-Dollar. Im Tagesschart stellt sich das Ganze ebenso als Konsolidierung dar, als große Konsolidierung hier und auf der Unterseite. Eine erste Unterstützung, aber danach sieht es auch gerade nicht aus, ist die 61%. Im Moment geben die Bären hier Gas und lassen sich davon nicht aufhalten. Es gibt ja auch noch eine untergeordnete Horizontale, die gerade aber auch durchfällt. Insofern würde ich mich da eher umschauen auf mögliche Unterstützungen dann im Bereich der 60, weil das ist wirklich ein Mehrjahrestief. Und von hier aus hatte auch die Aktie gute 30% angelegt oder fast 30% Kurswachstum gezeigt. Heißt hier eine Unterstützung, zumindest kurzfristig, mit einem Potenzial für eine Gegenbewegung. Insbesondere dann, falls es in diesem Bereich auch noch eine Trendumkehr geben sollte. Meiner Meinung nach sollte die Paypal-Aktie da klar auf die Watchliste. Und dann noch aus Deutschland. Infineon hat Zahlen gebracht. Und bei den Zahlen kann man sagen, operativ läuft es bei Infineon mit einem Umsatzwachstum von 13%. Der Gewinn ist noch stärker gestiegen, über 60%. Und die Erwartungen wurden auch übertroffen. Allerdings hat man, also man sieht es auch in allen Segmenten, sehr gute Entwicklung. Außer jetzt bei den Sensorsystemen. Das macht aber auch nicht so viel aus für die Gesamtentwicklung. Viel wichtiger war die Nachricht nach einer neuen Investition. 5 Milliarden Euro will man investieren in eine neue Fabrik in Malaysia. Dort sollen Stromsparchips hergestellt werden. Und das kam deutlich überraschend für die Analysten, für die Marktteilnehmer. Weil erst im Frühling Infineon angekündigt hat, ebenfalls 5 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen für eine Werkshalle in Dresden. Und jetzt einmal mehr 5 Milliarden. Das ist, naja, es nimmt zumindest oder es gibt zumindest einige Sorgen bei vielen Marktteilnehmern dafür, ob sich dann Infineon damit nicht übernimmt. Auch wenn Infineon ganz klar darstellt, das wird sich lohnen. Und das wird den Bedarf decken, der gerade nicht gedeckt werden kann von Infineon. Und das zusammen mit der Nachricht vom CEO, dass man für das kommende Quartal den Ausblick leicht gesenkt hat, hat eben zu dieser Missgunst geführt am Markt, die dann die Aktie nach unten geschickt hat. Wir schauen mal auf die wichtigsten technischen Marken bei Infineon. Also im Wochenchart super sauberer Anstieg, den die Aktie hier gesehen hat. Wie auch so viele aus dem Bereich. Da ist ja Infineon nicht exklusiv mit diesem Anstieg. Trotzdem jetzt wieder zurückgefallen in die Range, die hier einmal nach oben getestet wurde. Bei ungefähr 39 Euro auf der Unterseite. Schöne horizontale hier. Bei 33 wurde, war hier Widerstand, ist dann getestet worden, ist durchgelaufen. Und seht ihr hier diese schönen Spikes hier. Immer wieder gekauft, gekauft, gekauft. Heißt auch, falls Infineon auf die 33 zurückkommen sollte, auch die 38% der letzten Aufwärtswelle. Und hier, je nachdem wie lange das dauert, kommt auch womöglich noch die 200-Tage-Linie als Unterstützung dazu. 200-Wochen-Linie, entschuldigt bitte, im Tagesschart sehen wir, dass der Kurs gerade an der 200-Tage-Linie ist. Und damit eine erste technische Unterstützung erreicht wurde. Denn die 200-Tage-Linie wurde auch lange nicht berührt. Wir sagen immer, je länger eine Linie nicht berührt wurde, umso interessanter ist es für einen zumindest kurzfristigen Pullback. Nichtsdestotrotz ist da auch gerade viel Volatilität in der Aktie drin. Und wer es da ein bisschen weniger riskant mag, der wartet eher auf eine Umkehr, eine Trendumkehr. Oder wartet darauf, dass die Aktie doch nochmal ein Stückchen zurückkommt, eben auf die 32, die wir im Wochenchart gesehen haben. Weil von der kleinen Welle ist es auch noch die 61%. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer für eine Gegenbewegung in diesem Bereich. Idealerweise eben auch da mit einer Trendumkehrformation ist noch ein bisschen weit weg. Aber auch etwas, was man unbedingt auf Watch halten sollte. Insbesondere dann, wenn die großen Indizes und die Sektoren auf ihre Unterstützungen laufen. Auch das ist etwas, was man als Trader und auch als Investor im Blick behalten sollte. Soweit diese Ausgabe. Ich bin gespannt, wie ihr das seht, auf die aktuelle Marktsituation bezogen. Glaubt ihr, dass das Rating für die USA so eine Aussagekraft hat? Oder sagt ihr, na gut, solange es nur eine Ratingagentur war. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Macht's gut. Bis dann. Ciao.